Sie hat mich hergeschickt, sie kann das Leben unter der Herrschaft der Cyborgs nicht mehr ertragen. Sie will unbedingt, dass die Welt wieder so wie früher wird. Sie sehnt sich nach Frieden und Freiheit. Ich bin gekommen, damit es eine andere Zukunft neben dieser einen, die ich kenne, geben kann. Und ich wollte die Schwachstellen der Cyborgs kennenlernen. Oder wahlweise Son Goku mit in meine Zeit nehmen, damit er dort die Cyborgs ein für alle Mal erledigt. Was die Zukunft bringen wird, das kann keiner sagen. Was die Zukunft bringen wird. Oh 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 Vielen Dank.